So, liebe Kaufbeurer, jetzt machen wir weiter mit der Aufklärung über den Islam und zwar einen ganz zentralen Punkt. Die Zusammenarbeit des Islams mit dem Nationalsozialismus. Wir haben hier den damals ranghöchsten Moslem, das ist der Großmufti von Palästina, Armin Al-Husseini. Der hat bereits im Frühjahr 1933 gesagt, die Muslime innerhalb und außerhalb Palästinas heißen das neue Regime in Deutschland willkommen und erhoffen die Ausweitung einer faschistischen und antidemokratischen Staatsführung auf andere Länder. Hat er dem deutschen Generalkonsul in Jerusalem, Heinrich Wolf, im Frühjahr 1933, kurz nach der Wahl des Nationalsozialismus an die Macht gesagt. Da ist viel über das Wesen des Islams gesagt. Antidemokratisch und faschistisch. Und er hat dann eine muslimische SS-Division gegründet, die SS-Division Hanscha mit 25.000 muslimischen Freiwilligen. Hier sieht man ihn, wie er den Hitlergruß zeigt und seine muslimischen Freiwilligen besucht. Ganz wichtig, Islam und Nationalsozialismus. Und dieser Großmufti hat dann auch weitere nationalsozialistische Größen in Deutschland besucht und sich mit ihnen ausgetauscht. Hier haben wir den NSDAP-Gauleiter von Sachsen, Martin Mutschmann. Die haben sich getroffen und haben sich über die Gemeinsamkeiten ihrer Ideologien ausgetauscht. Ausgetauscht. Al-Husseini hat gesagt, in vielen Bereichen laufen die Ideale des Islams und des Nationalsozialismus parallel. Einheit der Führung, ordnende Macht, Gehorsam, Disziplin, Kampf und Ehre im Kampf zu fallen und Bekämpfung des Judentums. Kampf und Ehre im Kampf zu fallen. Haben sie in DITIB-Moscheen Anfang April in Deutschland demonstriert. Sie haben Kinder in Militäruniformen gesteckt, kleine türkische Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren. Und haben sie den Märtyrertod im Kampf spielen lassen. In Deutschland, April 2018. Und wenn Sie sich das anschauen hier, die gemeinsamen Elemente, auch Bekämpfung des Judentums, da müssten die Alarmglocken schrillen. Und wir werden Ihnen nachher noch zeigen, was im Koran für schlimme Sachen über Juden stehen. Natürlich nicht nur über Juden, auch über Christen. Da wird die knallharte Bekämpfung und Tötung von Christen gefordert. In Befehlsform. Und es gibt noch weitere aufschlussreiche Begegnungen dieses Großmuftis von Palästina, wie gesagt des damaligen höchstrangigen islamischen Repräsentanten. Er hat auch Adolf Hitler getroffen. 1941 in Berlin. Und der Anliseini hat gesagt, Deutschland hat sich entschlossen, für die jüdische Gefahr eine endgültige Lösung zu finden, die ihr Unheil in der Welt beilegen wird. Das heißt, er wusste vom Holocaust, bereits 1943, er wusste, dass die Juden vergast werden und er fand das gut. Und wissen Sie, dass Juden in ganz Deutschland mittlerweile bedroht werden von Moslems. Wir haben es in Berlin gesehen, wie ein syrischer sogenannter Flüchtling mit einem Gürtel einen Juden ausgepeitscht hat. Wir haben bereits einen Rabbiner, der in Berlin von einem Moslem mit einem Messer niedergestochen wurde. Ebenso in Frankfurt. Ja, Leute, da könnt ihr schreien und pfeifen, wie ihr wollt. Das sind geschichtliche Fakten. Und da sollte man, wenn man sagt, man ist antifaschistisch, sollte man hellwach sein. Ja, rote Karte für Hassprediger. Gehen Sie zur nächsten Moschee und halten Sie es dort hoch. Da sind die Hassprediger und wir sind faktische Aufklärer. Sie bekommen bei uns heute nur Fakten, nur Fakten präsentiert. Hitler hat den Großmufti mehrfach getroffen. Und er hat gesagt, das ist jetzt ganz wichtig für alle Christen hier. Er hat gesagt, die muhammedanische Religion wäre uns viel geeigneter als ausgerechnet das Christentum mit seiner schlappen Duldsamkeit. Der Islam lehrt, den Glauben mit dem Schwert zu verbreiten und alle Völker diesem Glauben zu unterjochen. Hat er recht? Diese Lehre der Belohnung des Heldentums. Der Kämpfer allein hat den siebten Himmel. Die Germanen hätten die Welt damit erobert. Nur durch das Christentum sind wir davon abgehalten worden. Adolf Hitler, der hat den Islam gelobt, weil er auch den militärischen Eroberungscharakter des Islams erkannt hat. Merken Sie was, Leute? Wenn Sie antifaschistisch sind, dann müssten Sie hellwach beim Islam sein, denn der Islam ist in weiten Teilen eine faschistische Ideologie, die damals auch folgerichtig mit dem Nationalsozialismus paktiert hat. Ja, das müssen Sie sich alles zu Gemüte führen. Das sind alles Fakten. Alles Fakten. Und weil manche hier ein rotes Zettelchen hochhalten, ich habe es auch vorhin gekriegt, ja, Kaufbeuren zeigt rechtsradikalen Hasspredigern die rote Karte. Also, hier ist niemand rechtsradikal, wir haben es Ihnen schon erklärt. Wir sind konservative Patrioten. Wir haben die Weiße Rose wieder gegründet. Wir sind solidarisch mit Israel, gell? Also, können Sie gleich vergessen mit rechtsradikal, gell? So, weiter. Der SS-Reichsführer Heinrich Himmler, einer der ranghöchsten Funktionäre im Nationalsozialismus, hat gesagt, der Islam ist unserer Weltanschauung sehr ähnlich. Er erzieht mir in dieser Division, Hanscha, seinen Menschen und verspricht ihnen den Himmel, wenn sie gekämpft haben und im Kampf gefallen sind. Genau das, was die Kinder in DITIB-Moscheen im April hier gespielt haben. Eine für Soldaten praktische und sympathische Religion. Seht es euch an. Islam und Nationalsozialismus. Zwei Seiten einer faschistischen Medaille. Das sind, wie gesagt, alles historische Fakten. Und das Schlimme ist, Leute, es hat auch bis in die heutige Zeit seine Auswirkungen. Werden wir Ihnen gleich sagen. Himmler hat auch gesagt, Muslime sind die idealen Soldaten, die mit Fanatismus kämpfen und mit ihrem Tod im Kampf als Märtyrer schnurstracks in den Himmel gelangen. Der Islam, liebe Kaufbeurer, hat sich in der ganzen Welt nur militärisch ausgebreitet. Im Jahr 632 nach Christus, nachdem ganz Saudi-Arabien dem Islam unterworfen wurde durch Mohammed, hat der Islam von Saudi-Arabien aus 56 andere Länder militärisch erobert. Und ausschließlich mit Gewalt und mit dem Schwert. Und wenn hier Christen unter Ihnen sind, erzähl doch, was der Papst Benedikt 2006 in der Regensburger Uni gesagt hat. Zeig mir doch, was Mohammed Neuss gebracht hat. Da wirst du nur Schlechtes und Inhumanes finden, wie die Forderung, den Glauben mit dem Schwert zu verbreiten. Papst Benedikt XVI., deutscher Papst, das Oberhaupt aller Christen. Also wenn hier Christen anwesend sind, verinnerlicht das, was der deutsche Papst gesagt hat. So, nächstes Plakat, ganz wichtig. Wie dieser, wie dieser, in den Gulag mit mir schreit sie gerade. Das sind die roten, das sind die roten Faschisten, die Stalin zum Vorbild nehmen und uns in Gulag schmeißen wollen. Nur weiter so, nur weiter so. So, hier sehen Sie, wie der Nationalsozialismus weiter in der islamischen Welt verehrt wird. In der Türkei, wo also eure Moschee hier in DITIB seine Wurzeln hat, in der Türkei ist mein Kampf von Adolf Hitler Verkaufsschlager gewesen. War auf Platz 3 der Bestsellerlisten. Sie lieben Adolf Hitler, weil er die Juden vergast hat. Weil die Juden im Islam ebenfalls Hassobjekt sind. Hier bei einer Demonstration in Pakistan 2006, Gott segne Hitler, Gott bless Hitler, Moslems. In der islamischen Welt, Hisbollah und Hamas zeigen den Hitlergruß. Und hier eine Moslemin bei einer Demonstration in London 2006, seit vorbereitet für den wahren Holocaust, der noch kommt. Und diese Dame da, die da hier in rot gekleidet, die eben gesagt hat, in den Gulag würdest du uns am liebsten schicken, ist genauso eine sozialistische Faschistin, die genauso die Menschen vernichten. Ja, 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 ja. Totalitär und gewaltbereit. Und Freunde, es ist wirklich wichtig, sich darüber Klarheit zu verschaffen. Der Islam ist nicht nur eine Religion. Er ist eine totalitäre politische Ideologie mit Machtanspruch, verfassungsfeindlichen Bestandteilen, Gewalt- und Tötungslegitimation und einer barbarischen Rechtsprechung der Scharia. In 10 Minuten mehr. Danke.